Jürgen Klopp hat angekündigt, dass dies seine letzte Saison beim FC Liverpool sein wird. Und Gerüchte besagen, dass einige Stars des Teams wie Mohamed Salah und Van Dijk seinen Weg gehen und den Verein verlassen könnten. Der FC Bayern München hat ein Auge auf Van Dijk geworfen und eine Anfrage bezüglich seiner Verfügbarkeit gestellt. Der FC Bayern München, einer der größten Vereine der Bundesliga, hat Interesse gezeigt, den talentierten Verteidiger Van Dijk zu verpflichten. Das Team hat eine Anfrage gestellt, aber noch kein offizielles Angebot gemacht. Eine mögliche Verpflichtung von Van Dijk wäre eine große Bereicherung für den Bayern-Kader und würde dem Team mehr defensive Stabilität und Erfahrung bringen. Al-Kazia aus Saudi-Arabien hat Van Dijk ein als fantastisch bezeichnetes Angebot unterbreitet. Obwohl der Verteidiger gerne beim FC Liverpool bleiben möchte, könnte das Versprechen hoher Gehälter seine Entscheidung beeinflussen. Der Wettbewerb zwischen den an Van Dijk interessierten Vereinen ist intensiv und der FC Bayern München strebt danach, sich in diesem Rennen zu behaupten. Van Dijk, einer der besten Verteidiger Europas, könnte aufgrund der verlockenden Angebote, die er erhalten hat, einen Vereinswechsel in Betracht ziehen. Die endgültige Entscheidung des niederländischen Verteidigers wird entscheidend für seine Zukunft und die Richtung seiner Karriere im europäischen Fußball sein. Die FC Bayern München Fans sind gespannt darauf zu sehen, wie sich eine mögliche Verpflichtung von Van Dijk umgekann hat. Die Ankunft des Verteidigers könnte das Team weiter stärken und die Chancen auf zukünftige Erfolge erhöhen. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu diesem spannenden Transfermarkt dran. Ich hoffe, Ihnen haben die Informationen gefallen und Sie werden weiterhin die Nachrichten des FC Bayern München verfolgen. Bis zum nächsten Mal.